Alles, was ein Mann wissen muss von Oliver Kuhn Endlich gibt es ein Buch, in dem die Fakten und Informationen zu finden sind, die Männer wirklich interessieren. Was sind die schnellsten Autos? Wer die schönsten Frauen? Und was waren die wagemutigsten Expeditionen? Wie überlebt man eine Entführung? Wie repariert man mit einem Strumpf einen Motorschaden? Was sind die Geheimnisse erfolgreicher Chefs? Und wie funktionieren Dates, die jede Frau faszinieren? Diese und viele weitere Fragen beantwortet Oliver Kuhn in Alles, was ein Mann wissen muss. Er klärt darin auf über die vier großen Themen für jeden Mann. Abenteuer, Wissen, Arbeit und Sex. Faszinierend und lehrreich. Unterhaltsam und praxiserprobt. Oliver Kuhn hat die Deutsche Journalistenschule in München besucht und arbeitet als Reporter beim Playboy. Er ist Autor mehrerer Bücher, unter anderem der perfekte Verführer. Alles, was ein Mann wissen muss von Oliver Kuhn, erschienen im Drömer Verlag. Die ganze Zeit und die Frau Kuhn hat die Musikawa von Oliver Kuhn.